Ich bin Kurt Herzog, komme aus dem Wendler und wehre mich, solange ich politisch denken kann, mich beziehungsweise aktiv betätige, natürlich gegen die Atomenergie. Man fängt dann an, sich sehr genau mit Dingen zu beschäftigen und ich habe hier sozusagen zeitnah im Landtag das Betätigungsfeld gefunden in Form der Assehavarie und jetzt auch der erneuten Atomdiskussion, die genau dazu passt. Wir wollen einen unverzüglichen Ausstieg aus der Atomenergie, vor allen Dingen auch, weil es einen Systemkonflikt gibt zwischen den Atomfossilen und den Erneuerbaren. Die Erneuerbare Revolution kann nur stattfinden, wenn Atomfossil unverzüglich beendet wird und da müssen wir einfach hin. Das braucht eine politische Revolution, wenn man so will. Eine völlig veränderte Landschaft, eine Einsicht auch, dass man nicht nur Atominteressen, Atomlobbyinteressen bedienen muss als Politik, sondern dass man tatsächlich die Zukunft und vor allen Dingen den Klimawandel im Auge behält. Man hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich kandidieren wolle. Ich mache ja sonst im Wesentlichen Kommunalpolitik, auch sehr engagiert mit Leib und Seele. Und ich habe gedacht, die nächsten fünf Jahre, also diese Wahlperiode, sind die entscheidenden für die Atomenergiefrage. Nicht nur für die Endloggen, sondern für alles. Und da kann ich nochmal sozusagen meine Erfahrung insgesamt voll einbringen. Und es hat gepasst.